Ach, oben campen sie auch schon die Ratten. Ganz ehrlich, aber diese, die lila Leute, die sind viel besser. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißen. Die Waffen sind, ich spawne mir den Tod, was soll der Scheiß? Ähm, die Waffen sind besser. Eindeutig. Ich habe mir einen zweiten Charakter erstellt. Ja. Eindeutig viel geiler, weil die nicht so verziehen, die Waffen. Die machen auch ordentlich Schaden. Okay. Von daher. Alter. Generator repariert. Generator zerstört. Scheiße, jetzt ist das alles hier lila schon, oder? Oh nein, das war ein Freund. Hoppla. Du hast auf mich geballert, was? Ja. Nee, das war ich nicht. Das kann nicht sein, oder? Warst du das da? Nee, das war ein anderer. Schütze Vartron oder so war das. SKE in Gefahr. SKE, was ist das? Wo viele Leute da stehen. Alter, was geht da einer auch noch davor? Ist der blöd oder so? Boah, bei uns ist ja so ein Spawn-Teil. Genau davor. Oh, wir sind mit meinen eigenen geschossen. Was heißt genau davor? Wir spawnen hier alle und dann steht da so ein Sanua oder wie der heißt. Aber wo? Generator zerstört. So. Äh, bei mir. Aber der ist schon kaputt, also ist er schon geklärt. Alter, nein. SKE in Gefahr. Ach, so ein Heli oder ein Flugzeug oder so ein Ding. Wir führen gerade Gericht gegen die Lilane. Wow, die Lilane. Alter, wie unterdrücken die voll. Guck mal, die sind aus der Karte fast weg. Ja, deswegen versucht die jetzt auch neue Gebiete zu erobern. Boah. Ja, die dürfen wir nicht durchlassen. Scheiße. Wir haben da, wir haben dieses Gebiet eigentlich schon verloren. Hm. Das bauen wir einfach mal da. Und dafür kann man sich dann neue Visiere kaufen. Ich glaube, das hole ich mir dann auch. Bolzengewerse. Generator zerstört. Zwölffach Visier, okay. Ja, ich glaube, das hole ich mir auch gleich. Lass mich in den Einsatz blocken. Also mit so einer Dingsbox. Wow, 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 wow. Ich muss weg hier. Fällt hier so ein Panzer an mir vorbei. Oh, du auch schon hier? Ja. Ja. Nichts. Vorsicht... LOL. Eiskaltfette. Ah, Mann. Nein, nicht auf mich. Ja, drei, der ist tot. Stirb doch, Alter, Mann. Diese fettgepanzerten da, gegen die hat man gar keine Chance. Ja, dass du全 stimulationst machen? okay das hatte ich jetzt ganz zufällig natürlich nicht parat so dann hole ich mir mal das zwölffach visier akzeptieren schwere angriffseinheit was kann man dafür für die waffe noch holen vordergriff okay das ist noch teuer zurzeit ich glaube ich schon mit diesem griff auch noch dazu bald zumindest sehe ich das als sinnvoll das ist da muss man denn irgendwie vorher noch drauf packen kann das sein polzen in der aufsätze aha was verändern ok ich muss noch neu ausrüsten ah guck mal an mit dem visier kann man auf entfernung arbeiten verdammt alter der lädt auch genau nach wenn ich kommt auch genau wenn ich nachlade so rum verdammt ich glaube durch diese waffenauswahl und den ganzen aufsätzen hat man eigentlich kommt viel mehr möglichkeiten genau wie im battlefield da wo man auch 5 milliarden aufsätze drauf stecken kann nein nein die 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 Oh, 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 oh. Boah, keine Chance. Ja, ich muss mir glaube ich auch nochmal in demnächst ein neues Scharfsschütz im Gewerk kaufen. Ich will die mal one-hitten. Ja, das funktioniert aber nur mit der Shadow. Die Schweine teuer kann er sein. Ja, 1000. 1000 normale Punkte basiert. 750 oder 250 von den Dingens. Wie kriegt man denn Punkte? Einmal durch Kills wahrscheinlich, oder? Ja, das ist wie mit einem Level. Man füllt irgendwie so eine Leiste und... Okay, dann gucken wir mal, wo ist denn die Leiste? Wenn du M drückst und direkt auf das allererste geht. Fuck. Ah, okay, kann man sich das kaufen? Ja, klar. Boah, ey, ganz ehrlich, es geht jetzt schon wieder so derbe auf den Piss, ey. Okay, dass diese Penner sich überall hinten. Äh, ja, ein Prozent. Alter, Zeitpunkte, ja, genau. Wie kann man sich denn diese... Rekrut-Kadett-Veteran-Knecht... Boah. Nein! Nein! Wir können immer noch gewinnen! Der hat aber lange gebraucht. Okay, dann nehmen wir mal hier die schwere Einheit, dann geht's hier auch ab jetzt. Panzerfaust. Ja, präzise. Ach, da oben, ey. Mann. Ja, ich sag ja, die Teile sind krankwitzig. Ich kann das auch umdrehen. Oh mein Gott. Ja, ich spawner noch einmal, wenn das dann nicht funktioniert, dann ähm... Okay, nein, das funktioniert nicht. Das ist scheiße. Gut, dann... Da kann man auch spawnen. Boah, diese Granaten, ja. Wieder die wirft, das finde ich momentan noch so schrecklich. Boah, probier mal den Sani aus. Geiles Sturmgewehr. Von dem Sanitäter? Ja. Das Sturmgewehr geht immer übel ab bei denen. Okay. Ich lass mal den Max hier vor. Max. 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 Vielen Dank.